Seniorität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch das Prinzip des Vorrangs von Personen mit höherem Lebensalter oder im übertragenen Sinne und, nicht ganz korrekt, von Personen, die länger zu einer bestimmten Gruppe gehören. Letzteres wird Treffen da als Prinzip der Asienität bezeichnet. Im Finanzbereich bezeichnet die Seniorität einer Einlage die Reihenfolge, in der die Einlage im Falle einer Insolvenz zurückgezahlt wird. Die Gläubiger von Einlagen gleicher Seniorität werden gleichmäßig befriedigt. Nur wenn noch weiteres Kapital vorhanden ist, werden die Gläubiger von Einlagen nächstjüngerer Seniorität gleichmäßig befriedigt. Im Arbeitsrecht bezeichnet Seniorität die Bevorzugung aufgrund des Lebensalters bei Beförderungen oder bei der Entlohnung. Sie steht im Gegensatz zur Asienität, die auf dem Dienstalter basiert. Ein Beispiel für das Senioritätsprinzip waren die Lebensaltersstufen im Bad. Die leistungsunabhängige Besserstellung aufgrund des Lebensalters wird im Volksmund auch als Verkalkungszulage bezeichnet und in der politischen Diskussion als leistungshemmend kritisiert. Im europäischen Markenrecht bezeichnet Seniorität den Vorrang einer bereits länger bestehenden nationalen Marke vor einer erst später für den Binnenmarkt der europäischen Gemeinschaft angemeldeten Gemeinschaftsmarke. Dieser Vorrang gilt allerdings nur für das Land, in dem die nationale Marke länger besteht als die Gemeinschaftsmarke.